jo leute was geht heute gibt es wieder ein kill battle mit dem penguin mike ja mein kraft ist gequerscht okay also doch mit lady bot statt mit brc so ist man auch schon in der runde und ich würde sagen ich gehe erst mal ins mitte jo macht das ich habe ja bei der südchen wenn ich erst mal acht und halb aber was habe dann dann kann das tanken gerne losgehen da könntest du jetzt abstaub ich glaube wir schneiden einfach die runde raus hier sind wir dann auch in der ersten runde auf der map pharo dreimal dass der rat wie ich gestorben bin durch gegner von deinem freund 2 wo ich wieder mit der geist von vorwärts kreide werden ja ja mal vor der löschen weg manchmal spielt er wirklich auf abpack das ist was er was ich selbst eigentlich gut finde Oh. 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 Fällt jetzt hier der erste Kill. Ja. Da gehst du mit 1 zu 0 in Führung. Flisch. Ich bin halt noch nicht eingedrückt, die Sache. Ich hoffe, der holt. Ich hab jetzt mal nur, dass du so viele Kills gehst. Oh, oh. Ist der Name? Weiß ich nicht. Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, du machst noch einen Kill. Du machst ja noch einen Kill. Jamoi. Ich freigespielt und einfach zwei Kills machen. Ah ja. Ich werde jetzt gleich so dumm sterben. Ja, da ist einer doch. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer. Ich hab' einen Doppelfünfte Sache. Ich hab' einen Runde zu machen. Ihr seht nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn's halt so ein wichtiger ist. Was? Ja, 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 ja. Ja. Bitte, wie kommst du den einfach nicht mal? Nein, okay, ja. Ja, zum Glück. Jawohl, ja, wir sind schon 2-0 Hier sind wir eigentlich auch in der zweiten Runde auf Akacia, ich hab die Anmutter voll verkackt Da wird's haben! Egal, ich wollt mir eh ein paar Diers farmen Was ist hier nachrücken mit Packers? Hier kommt auch schon der SDG Gibt's hier keinen dritten Dier, doch da oben Oh mein Gott, nein Oh mein Gott Ihr sollt sich dir helfen? Nein, du hast einen Kill gemacht! Ja, ich hab's auch nie Na, ähm, im Moment steht es ja noch, dass ich ähm eventuell ja dienst Ich war ein Doppel F5 und hab dich geklickt, verdammt doch mal Das war doch so klar Es war so klar Erstmal wenn ich... Einmal in F5 und ich hab... Und dann joke ich Na gut, aus dem Zweite bin ich in deiner Seite von Wadding runter Ja, sleeping, sleeping, sleeping Nein! 2-2 So muss es dann Ich hab zum Glück Ich hab zum Glück Ich hab zum Glück Ein Achterablauf Jawohl, da geh ich in Führung mit einem Kill Ja, nein Ach Na ja Ich krieg den auch noch Einmal Leitung Aber trotzdem Hab aber trotzdem immer Legs Aber er rennt weg Nein, was macht der? 4-9 Ja, ich gab ihn 4-2 GG GG Ja, nicht wahr Nicht wahr Nicht wahr Nein Eine Runde noch Na das ist... Na das... Also das reports meth... Das kannst du nicht sagen, Alter. Nein, haha. Also ich würd' mich... Oh my God, ja! Nicht weiter! Das war dann anscheinend das Finale. Und jetzt, ich würd' sagen, was ich noch nicht erwähnt hab, man muss dann Skin tragen. Der Verlierer bekommt dann Skin, den sich der Gewinner aussucht. Und ich würde sagen, pro Kill, den ich jetzt noch mache, trägst du den Skin einen Tag länger. Nein, er hat den Gap reinbekommen. Ja! Nein, einer hat den Gap reinbekommen. Ja, endlich, aber auch mal. So, ich würde sagen, hier blende ich jetzt den Skin ein für dich. Ja. Und ja, das war's mit dem Video. Ich habe 4 zu 2 gewonnen. Und ja. Das gibt eine Anzeige.